Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir eine kleine Weltreise und nicht im großen Stil, aber schon irgendwie doch im großen Stil, denn es geht auf Weltreise im Emsland. Dort gibt es nämlich viele Orte, die sehr, sehr cool benannt sind und was wir heute so alles erleben, das siehst du im heutigen Video. Die Festung Botanke wurde im Jahr 1593 von Wilhelm I. von Oranien gegründet. Sie liegt in der Provinz Groningen im Nordosten der Niederlande nahe der deutschen Grenze. Sie wurde ursprünglich errichtet, um die strategisch wichtige Grenzregion gegen Angriffe aus Deutschland zu verteidigen. Botanke ist eine der wenigen noch erhaltenen sternförmigen Festungen in Europa. Diese Bauweise ermöglichte eine bessere Verteidigung, da sie Angriffe aus verschiedenen Richtungen effektiver abwehren konnte. In den 1960er Jahren wurde die Festung aufgegeben und verlassen. Später wurde sie jedoch zu einem Freilichtmuseum umgestaltet, die die Geschichte und Architektur der Festung zeigt. Heute zieht die Festung Botanke Besucher aus aller Welt an. In dem Museum können Besucher historische Gebäude und die Verteidigungsanlagen erkunden, um mehr über die Geschichte der Festung zu erfahren. In Botanke werden das ganze Jahr über verschiedene Veranstaltungen abgehalten, darunter historische Nachstellungen, Märkte und Festivals, die die Besucher in die Vergangenheit zurückversetzen. Die Festung ist von einem breiten Wassergraben umgeben und hat charakteristische Bastionen und Gräben. Die Innenstadt ist im Stil des 17. Jahrhunderts erhalten geblieben. Untertitelung des ZDF, 2020 DER EKMIL GEREN GEREN Nick GEREN So, Gotange, richtig cool, finde ich eine sehr schöne, naja, was ist das, eine Burg, eine Festung, eine Festung, sehr, sehr, sehr schön, ist halt einfach sternförmig aufgebaut, ich blende jetzt nochmal hier eine Karte ein, wie das aussieht von oben, das ist tatsächlich richtig, richtig cool, dass der Marktplatz einfach so in der Mitte ist und dann drumherum einfach die ganzen Straßen abgehen, von woraus man überall einfach hinkommt, auch ein schönes kleines Café da in der Mitte und es ist einfach sehr, ja, sehr, sehr cool, sehr coole Idee auch einfach dahinter, ja, und Sternenstädte gibt es ja überall und hier einfach mal so eine auch zu sehen, das ist richtig, richtig cool, von daher war es auf jeden Fall schon ein richtig cooler erster Spot. So, mittlerweile sind wir dann auch mal in England angekommen und ja, zwar in Neuengland, da ist das Schild, ich gehe mal ein bisschen näher ran, da steht es, ja, ziemlich cool, Neuengland, ein richtig kleines Dorf, also es ist halt das hier, eine Straße mit ein paar Häusern und ja, fertig ist die Sache, Neuengland, ja, groß angekündigt und jetzt sind wir da, es ist sehr schöne Landschaft, das sagen wir auf jeden Fall, viele schöne Kühe, Neuenglische Kühe, Neuenglische Kühe, ja, richtig, richtig cool, aber man muss mal da gewesen sein, sagen wir es so, da ist es. Mitte des 19. Jahrhunderts emigrierten viele Menschen aus dem Emsland in die Vereinigten Staaten, insbesondere nach Neuengland. Diese Auswanderer gründeten dort neue Gemeinschaften. Einige dieser Auswanderer kehrten später in ihrer Heimatregion im Emsland zurück und brachten amerikanische Einflüsse und Erfahrungen mit sich. Diese Rückwanderer aus Neuengland brachten neue kulturelle Einflüsse mit sich, darunter bestimmte Baustile, landwirtschaftliche Methoden und religiöse Praktiken. In Neuengland im Emsland kann man Gebäude im Stil der Neuengler Landarchitektur sehen, die sich von den traditionellen deutschen Bauweisen unterscheiden. So, wir sind jetzt hier nach Schloss Clemenswerth gefahren und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Schloss Clemenswerth ist ein beeindruckendes barockes Jagdschloss, das sich im niedersächsischen Emsland in Deutschland befindet. Schloss Clemenswerth wurde in den Jahren 1737 bis 1747 unter der Herrschaft von Clemens August I. von Bayern errichtet. Das Schloss ist ein Meisterwerk des Barocks und zeichnet sich durch seine sternförmige Bauweise aus, die von französischen Vorbildern inspiriert ist. Ursprünglich diente das Schloss als Jagd- und Lustschloss für Clemens August I. und seine Gäste. Das Schloss ist von ausgedehnten Barockgärten und Wassergräben umgeben, die die Schönheit und Fracht der Anlage unterstreichen. Heute beherbergt das Schloss Clemenswerth ein Museum, das die Geschichte des Schlosses und seiner Bewohner sowie die barocke Kultur und Lebensweise in der Region präsentiert. Das Schloss Clemenswerth steht unter Denkmalschutz und ist ein wichtiges Kulturerbe der Region. Das Schloss Clemenswerth ist nicht nur ein historisches Juwel, sondern auch ein Ort der kulturellen Bedeutung und Schönheit. Es bietet Einblicke in die Barockarchitektur und das Leben des 18. Jahrhunderts in Deutschland. Ja, das Schloss ist echt im Verhältnis zu anderen Flössern, die ich bisher gesehen habe, relativ klein, aber sehr cool wieder aufgebaut. Quasi wieder wie ein Stern. In der Mitte steht dieses Hauptschloss und drumherum diese kleineren Schlösser. Und ja, auch mit der kleinen Kapelle da, das ist alles sehr, sehr cool angelegt und ausgerichtet vor allen Dingen. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr. Also richtig, richtig, richtig cool, coole Bauten. Vor allem auch von innen her sehr, sehr schön. Ich habe eben mal reingeschaut durch die Türen. Von daher, ja, mega 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 heftig. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Willkommen in Norwegen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist echt ein richtig schönes Dorf hier. Schön viele Felder. Ja, es kommt aufs Ort schlitt drauf an. Aber die Fahrt hierher war auch sehr, sehr abenteuerlich. Denn wir sind ja irgendwie durch irgendwelche Feldwege gefahren und so weiter. Und es labert das Navi rein. Naja, es ist wirklich richtig, richtig witzig, hier einfach so Orte zu finden, die einfach Norwegen heißen. So, mal sehen, was wir jetzt noch so entdecken. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich finde es ziemlich, ziemlich witzig. Ja, wir haben jetzt hier nochmal eine kleine Infotafel gefunden. Und Norwegen ist tatsächlich der zweitkleinste Ortteil in diesem Kreis hier. Und hat einfach 60 Einwohner. Also, es ist wirklich ein Dorf. Und dieser Name Norwegen, der kommt tatsächlich davon, dass Dänemark und Norwegen so zusammen miteinander auch geherrscht haben. Und auch ein bisschen hier über diesen Landesteil. Und dadurch einfach dieser Ort dann den Namen gekriegt hat. Oder immer wieder dankbar auch für diese Herrschaften war. Und dann einfach an Gedenken an diese Adelsfamilien einfach den Namen Norwegen gekriegt hat. Von daher, ja, witzig auf jeden Fall und vor allen Dingen auch sehr schön. In Russland regnet es. Aber nur, dass ich da war. Nur so for your information. Russland ist da. Es gibt, es existiert. Ja, man muss es nur finden und suchen. Also, es ist so eine Verarsche gewesen eben. Es fängt komplett an zu regnen. Ich renne im Regen raus zu diesem blöden Schild. Aber, naja, jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Es regnet nicht mehr so doll. Dann macht das Fahren auch ein bisschen mehr Spaß. Und dann kommt ein Auto, wir müssen jetzt mal losfahren. Ja, mehr brauche ich glaube ich nicht sagen. Herzlich willkommen in Ägypten. Ich bin hier auch gerade an der Bushaltestelle Ägypter Straße. So man es lesen kann da oben. Und ja, es ist halt Ägypten. Es ist halt wieder so ein kleines Dorf zwischen Feldern. Und ja, witzig, witzig. Auf jeden Fall, ja, cool. Irgendwie krass, dass es hier diese Dörfer gibt. Diese Orte, wo man einfach dann irgendwie Ägypten heißt oder so. Ja, richtig, richtig cool. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Von daher, ja, witzig einfach. Auch mal so diese ganzen Orte jetzt abgeklappert zu haben. Und einfach so eine kleine Weltreise gemacht zu haben. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mal gucken, wo es jetzt noch hingeht. So, und zum Abschluss der Weltreise geht es jetzt noch einmal ans Heilige Meer. Ich bin gespannt, wie das ist. Und hoffentlich entstehen dabei auch mal richtig coole Fotos jetzt noch zum Abschluss. So, wir sind jetzt durch den Wald gegangen ein bisschen und sind tatsächlich jetzt auch am Heiligen Meer angekommen. Und ja, das ist echt schön und echt cool. Bloß, warum es heilig ist, das wissen wir alle nicht. Bis zum nächsten Mal. So, und an dieser Stelle würde ich auch das Video jetzt erstmal beenden. Und mich fürs Zuschauen bedanken. Mir hat diese Weltreise unfassbar viel Spaß gemacht. Gleich geht es natürlich noch zurück nach Lingen. Aber ich würde diesen wundervollen Ort jetzt erstmal nutzen für die Abmoderation, damit ich das nicht gleich aus dem Auto raus machen muss. Von daher, wenn es dir gefallen hat, dann lass natürlich einen Daumen nach oben da, um mich zu unterstützen. Und wenn du mich noch mehr supporten willst, dann lass doch auch gerne ein Abo für meinen Kanal da. Klick einfach auf Abonnieren und aktiviere auch gerne die Glocke. Dann wirst du mal benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir kommt. Und ja, über den Kommentar freue ich mich natürlich auch. Und wenn du das letzte Video noch nicht gesehen hast, dann klick einfach mal hier drauf. Da waren wir nämlich unter anderem in Amsterdam unterwegs. Bis dahin, ciao, ciao.